Ja. So, was sagt Mountain Cress? Ich brauche Medics Scheiße hier. Also willst du wieder abkacken? So wie gestern? Ja, wie gestern. Hast du das dir alle reingetoren? Natürlich. Das hat dir nicht gleich gelacht. Nee, hab ich heute Morgen mehr angesehen. Das erste ist erst mal direkt abgedacht am Morgen. Der erste ist schon mal tot, der erste Zombie. Wurde noch Ärger? Ey, der Count darf aber nicht sterben, der hat 15 Flare dabei. Man, der hat 15 Siegtipp. Uh, oh, oh, oh. Der mit die MP7 hat. Ich hab gerade dir gesagt, was der Typ dabei hat. Nur 15 Flare. Ja, nur. Ich weiß. Oh, 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 jetzt gibt's auch noch. Batz, batz. Oh, geh mal kacken. Ich ess jetzt einfach mal was auf Hoffnung. Oh, das geht sogar, das geht sogar. Ich hab gehört, man soll hier in CS soll man jetzt auch Dings finden. Hier, Rucksäcke. Ah, aber naja. Da wollen wir uns nicht mal drinnen. Glaub dir eh keiner. Ja, mein ich. Das ist ja eh wieder falsch hier. Alles Geschichten hier. Was? So, was hältst du denn davon, dass du einfach mal plötzlich in mein Let's Play vorkommst? Kein Plan. Oh Gott, ey. Weil war auch nicht so geplant, oder? Ja, war eigentlich nicht geplant, aber ich dachte, komm, was ist jetzt? Ich schickste den jetzt. Zack. Oh, Zombi nicht schlagen. Dich schlagen. Oh, ey. Weißt du was? In der Scheune, in Mountain Crest, da lassen wir jetzt noch ein bisschen Geld fallen. Da ist wieder so eine Geldstelle hier. Geht geizig. So. Ja. Mir denkst du, ich hattest sogar 100 Gramm pro Stück, oder? Äh, die haben 16 mit, oder? Im kleinen Rucksack. Äh. Oh, weißt du was ich gefunden hab? Teddybär Rucksack. Oh, der geht voll ab, ey. Ey, da geht's nicht. Ey, ich finde die, ich finde die sollten das so machen, dass Teddybär Rucksack wenn jetzt nur 5 Kilo mehr oder sowas mitnehmen kann. Weil irgendwie ist der total unnötig. Nicht? Guck mal Leute, jetzt ist der voll innen jetzt. Das, das ist jetzt schon seit langem Worsi neu. Die ganze Zeit Teddybär Rucksäcke bei diesem verkackten Ort. Was ich ja natürlich nicht raffe. Es gibt überall nur noch Teddybären Rucksäcke. Ja, eigentlich fast überall, wo so ein komischer Spielplatz ist. Ja. Irgendwie Pädophilien wirklich, glaube ich. Ja. Die denken pervers. Ja gut, das denke ich auch meistens. Äh, sag ich jetzt nichts dazu. Äh. So. Oh, das wäre aber cool, wenn es so schreiende kleine Kinder gäbe, die dir hinterher rinnen und ich auch interessieren. Äh, hör auf, Alter, Silent Hill hier. Äh. Äh. SMG Grip geht natürlich an einer Mossberg. Geht auch. Schade eigentlich. Hä? Äh, genau wie Red Dot an der Machete. Hä? 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 Hä bescheuert. Aber das Spiel ist ja bescheuert. Warum sind die alle so groß? Was haben wir denn drauf? Ein Bandit nach dem Server. Äh. Ja, Outlaw war auch schon drauf. Oder ist er noch drauf? Ne. Und? Ja, unten rechts Hack Reply bekommen da. Message. Nö. Oder war die nicht auf dem Server? Oh, warte mal. Ne, ne, Leute. Jetzt muss ich extra mal F12 ausmachen. Also anmachen wieder. Ähm, weil... Vielleicht willst du denen das mal erklären? Was ich meinte mit der Message. Achso, Leute. Es gibt, es gibt hier diese Free Hacks. Äh, diese, äh, gibt so der genannte Auchskates, äh, Hack. Da kann... Also da könnt ihr gratis ESP und so'n Scheiß holen. Aber, was ich euch natürlich abrate, weil jedes Mal von dem Hack eine Message in den Server kommt. Free Hacks, äh, auf, äh, Auchskates.com. Und jetzt geht da nicht gleich alle auf der Website. Nee. Ähm. Ja, und, ja, dann... Habt ihr eigentlich so gesagt. Pech. Oh, weißt du, was ich neu gefunden hab? Was? Cougar 22 Riffle. Alter, jetzt geht's OP. Also auf jeden Fall, ihr selbst seht die Nachricht nicht. Ja. Das ist mies. Und... Ihr selbst wisst davon auch nichts. Nur, sehr wahrscheinlich wird eure ID übermittelt und deswegen seid ihr sehr, sehr leicht. Spannbar. Ja, viel Spaß wünsch' ich denjenigen, die dort benutzen, ne? Ja. Und weil's... Du da draußen dabei bist und den Hack benutzt, ja. Schäme dich dafür. Nee, ich benutze den gar nicht. Ihr habt doch nicht mit dir geredet! Ach so, ach so, du meinst die anderen. Ja. Ich hab mich grad voll angesprochen für... Äh, ich leid. Ja. Also die Leute, die extra den benutzen, ne, die haben mich verkackt. Ihr könnt mich mal am Sacklutschen. Höhöhö. So, Kuga 22 Wutfeld, jetzt geht's voll ab, ey. F12 Only? Was sag's da? F12 Only, hast recht. Direkt mal F12 wieder gedrückt hier. Kannst du eigentlich was lesen in dem Chat? Nee. Alles ist aus. Das ist cool. Kannst du hinschreiben, ey du Homo. Hier ist so'n scheiß Let's Player namens Gilman VLP. Der geht nur voll auf den Sack. Das würde ich nicht lesen können. Ne, jetzt mal ganz im Ernst. Aber warum schreibt die keiner wieder in den Chat als nur ein Freudiger? Egal. Gut finde ich aber natürlich, dass das Essen Leben bringt, finde ich. Welches Essen? Alles, was man essen kann, bringt dir Leben. Ehrlich? Wenn du natürlich volles Leben schon drinne hast. Also das ist neu, glaube ich, oder? Ne, das ist schon seitdem nach ein paar Patch schon. Ja, heute finden wir sowieso noch Honey Badger. Ja, ehrlich, ich meine nicht. Leute, wenn ihr jetzt fragt, was ist noch Honey Badger? Das ist so ne seltene Waffe, die überaus richtig OP ist. Eigentlich ist die gar nicht OP. Ja, richtig. Aber die ist bloß eben sehr selten. Die ist genauso schlecht wie in einem 16, nur halt Schall gedämpft. Ne, das ist so OP. Okay. Wenn du da noch nen Schalldampf drauf klatschen kannst. Loll? Es ist schön leise. Ne, du hast ihn gar nicht. Ich wurde vom Banditen eingeladen. Schon wieder? Komm ich hier um hier Leute an. Warte mal, warte mal. Ich dachte ich mal kurz ein. Ja, ich auch. Äh, ne. Wie heißt das? Alleine schon weil er Bandit ist. Keine Lust. Ja, wie heiß ich denn wohl? Na nimm mal an du Humo. Hab ich doch. So Leute, jetzt fragt ihr natürlich worum. Hey, nimm mal an die Gruppe und so. Äh, eigentlich müsste ich dich ja immer auf der Dinge sehen. Aber ist ja nicht so. Geht's? Ich auch nicht. Ja, das ist falsch mit dem Spiel. Du hast bestimmt gar nicht mehr im Uncrest. Doch, doch, doch. Du bist da oben. Ich seh dich jetzt. Ah, jetzt. Ich dich. Kann man das jetzt auch so sehen? Ja, kann man auch so sehen. Cool, cool. Oh, lass noch mal so ein Häuschen. Dann geh ich hier mal kurz rein. Der war Delta Peak abkackt. Ja, Delta Peak war nice. Alter, ich hab mir das Video irgendwann mal bei Minute 8 oder so, hab ich da die ganze Zeit hinterher gespielt. Ich könnte schwören, dass du da im Auto für ganz, ganz kurze Zeit eine M1911 übersehen hattest. Dass du die Aufnäher hättest aufnehmen können. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich? Ich glaube ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab das wirklich oft angeguckt. Ich hab's nie wirklich genau gesehen, aber... Ja, ich schau immer gleich schnell ab hier. Ja. Ich weiß, da waren ja drei Zombies. Das muss... Ach so. Oh, 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 oh. Das ist natürlich blöd. Wird gelaufen. Ja, okay. Das ist aber gar nicht wirklich gekriegt. Wurde sie mit elf zwölfen oder so, oder? Ja. Oder hattest du keine Lust mehr von da schneid zu nehmen? Ich habe das... Ich hab probiert das zu zählen, aber Mathematik ist ja eh nicht meine Stärke. Ähm, ja. Dann hab ich das wohl irgendwie... Verblast. Verpasst. Verblast. Verblast. Verblaschen. Gluck gluck. Oh, hier kann man aus dem Fenster springen. Pfff. Ah. Tut ja nicht weh. Ey. Oh. Ah. 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 Also du sagst hier... Delta Peak und so, guter Losplatz. Ja, eigentlich ganz schön gut für einen Anfänger, übrigens. Weil er Mosberg und so... Ja, und da liegen die Leute und... Ich mein, Mosberg, hallo? Das ist epische Seltenheit in dem Spiel. Da kam grad wieder dein epischen Geräusch von deinem Headset. Fand ich sehr nice. Ich find das so geil, ey. Ich hör's nämlich nicht. Ich hör's nur bei... Also kocht euch nicht dieses Headset, was ich benutze. Kannst ja mal sagen, was du benutzt. So geht euch G930. 930. Ne, ich kauf mal, Alter. Oh, ich krieg ja wieder so'n nice Geräusch. Post Office krieg ich wieder Wassergeräusch. Was haben die hier falsch gemacht? Na, plan. Oh, wie viel hier spawnen denn? Das geht ja mal gar nicht. So. Noch vor Hälfte zu dir. So, was? Ja, ich glaub, wir machen gleich Flare-Partys. Ey. Wir haben auch mal neben. Was? Ich weiß ja immer, was finden dann so. Ich bin kein Friend-Slot. Batz, batz, batz. Äh, was kein Glück. Uh. Ist nix. Nix mit der Palle. Unpick, der Bigfuss. Schade, dass du's nicht. Ich chat hier an, sonst könntest du das lesen, oder hast du an? Ne, glaub ich nicht. Also einer hat gesagt, dass er eine Sniper gefunden hat und dass er die nicht wegen dem Gewicht aufnehmen konnte und dass sie deswegen vor ihm despawn ist. Das ist lächerlich, oder? Glaub ich ihm schon. Passiert schon mal. Mein 14 Kilo. Wetten, der ist so blind und sieht halt nicht im Inventar. Dann sagt er, die ist verschwunden, aber er steht nicht, ich kann sie nicht aufnehmen. Ja, voll sinnlos dann. Ja, voll sinnlos dann. Ich muss halt hier oben hin machen. Aber ich meine, mit den 14 Kilo hattest du ja auch schon mal deine Probleme. Ja. 14 Kilo Sniper. Voll nice. Ich bezweifle, dass er eine andere gefunden hat. Oh, jetzt kommt ein Zombie rein in der Tür. Warte. So, jetzt hab ich erstmal genug bis nach Mountaincrest. Karate! Batz, batz und Kopf ist er weg. Was ich natürlich an den ganzen Krügerwaffen scheiße finde, ist eigentlich bloß das wie sie hier. Und dass es irgendwie so laut ist. Leute, wenn ihr eine Krügerwaffe habt, direkt mal i drücken und wegschmeißen. Ich nehme sie jetzt einfach mal so mit. Aber wenn ihr ja so eine habt und noch andere Waffen in der Auswahl habt, auf jeden Fall die Krügerwaffe wegpacken. Weil die ist... Die haben wir schon über 600 Meter gehört. Und ja, das ist einfach unnormal. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Man hört die von der anderen Seite von einem Berg. Was eigentlich nicht sein kann, weil die Waffe ist die leiseste. Sollte so sein. Ja, genau. Also die zwei nicht hören sie nicht so wirklich. Aber wir, wir Spiele hören das schon, wir sind nicht 600 Meter oder so. Ja. Also nehmt lieber eine Cold Anaconda. Ja, die ist die... Die ist ja laut für Zombie, aber... Nein, ist die auch nicht. Sag mal so, die geht noch. Die ist nicht viel lauter als in der M16. Genau, genau, geht noch. Hier ist wohl nix mehr so mit Party. Schmeiß ich mal die ganzen Champs und Flares weg. BAM! So, jetzt geht's einmal. Oh, das ist noch einer. Jetzt was auch, jetzt kommt gleich ein Spieler. Nein, soll er doch. Ich hab Waffen bei... Oh, da komm! Der Hundesohn. Kann man eigentlich Riff Laser auch rausschalten? Nee. Oh, schade. Jo. Das finde ich sehr schade. Durch das Feuer! Wo willst du jetzt umbringen gehen? Nee, nee, nee. Du umbringen gehen? Nee. Oh, schade. Wo willst du denn? Doppelzombie, oder was ist denn los? Ach du Scheiße, ich war ja schon fast wieder tot und ich hätte das gar nicht mitgekriegt. Aber das ist ja normal. Nee, jetzt Leute, jetzt ist es richtig. Ich muss, wenn ich F12 drücke, geht automatisch mein Benchmark hoch. Das ist ein bisschen kacke. Dann seh ich meine FPS nicht. Irgendwoment zeigt er mir an, 27 FPS, das geht ja noch. Ach. Na, willst du nur, du Homo, da hinten? Hä? Komm mal her, Zombie. Patz. Patz. So. Im Moment haben wir noch keinen Spieler getroffen hier. Oh, das finde ich eigentlich sehr schade. Na, ist das doch eigentlich. Äh, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Mal gucken, hier beim, 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 beim... Oh, hier liegt was. Wasser liegt hier. Das ist sehr nice. Na, also verhungern und verdursten wird man jetzt nicht mehr in dem Spiel. Ja, da hat man genug, muss ich ehrlich sagen. So, dann wollen wir das mal saufen. Ich glaub, wir sind schon, äh, äh, zu viel. Ja, wir... Boah! Ja, das war's für heute! guy preacher und cords, wenn du das mal sieht.